Der russische Präsident Wladimir Putin gibt sich inmitten der ukrainischen Offensive zuversichtlich. Mehrere westliche Panzer seien zerstört worden, sagte Putin am Freitag auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, darunter auch Deutsche vom Typ Leopard. Auch F-16 würden brennen, daran könne es keinen Zweifel geben, so Putin. Die Ukraine werde bald über kein eigenes Kriegsmaterial mehr verfügen, sagte Putin. Dann werde das Land komplett von Rüstungsgütern aus dem Westen abhängig sein. Unter diesen Umständen könne es den Krieg nicht lange fortsetzen. Die Armee der Ukraine sei chancenlos gegen die russische. Putin warnte erneut davor, das westliche Militärbündnis NATO könne durch seine Hilfen für die Ukraine in den Krieg hineingezogen werden. Während Putin bekräftigte, die Verluste der Ukraine überstiegen die russischen um das Zehnfache, sprach der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Zirsky, von verzweifelter Gegenwehr russischer Truppen. Russland werfe seine besten Divisionen in den Raum Bachmut. Die Angaben beider Seiten konnten nicht überprüft werden. In Kiew kam es während des Besuchs einer Friedensdelegation afrikanischer Staaten zu Explosionen. Die Delegation will zwischen der Ukraine und Russland vermitteln. Präsident Volodymyr Zelensky lud die Diplomaten zur Teilnahme an einem globalen Friedensgipfel ein und forderte erneut, die russischen Truppen müssten sich aus dem Territorium seines Landes zurückziehen. Im Anschluss wollte die Delegation zu Gesprächen mit Putin nach St. Petersburg weiterreisen.